Halten Sie Ihren Abfalleimer sauber und trocken mit Brabantias Perfect Fit kompostierbaren Müllbeuteln. Sie sind zu 100% biologisch abbaubar und speziell für all Ihre organischen Abfälle entworfen. Die Müllbeutel dürfen auf den Komposthaufen, da sie aus zertifiziertem kompostierbarem Material hergestellt sind. Die Beutel sind speziell für Brabantia Abfalleimer gefertigt und daher nicht sichtbar, wenn der Deckel geschlossen ist. Die Perfect Fit kompostierbaren Müllbeutel sind in verschiedenen Größen erhältlich. Dank der intelligenten Farbcodierung finden Sie rasch den richtigen Beutel für Ihren Abfalleimer. Der Farbcode steht innen in Ihrem Brabantia Abfalleimer, damit Sie sofort wissen, welche Perfect Fit Brabantia Müllbeutel Sie benötigen. So wählen Sie immer die richtige Größe. Die Beutel müssen nach spätestens zehn Tagen ausgewechselt werden und sind nicht für heiße Abfälle wie Teebeutel geeignet. Wenn Sie eine umweltfreundlichere Art suchen, Ihren Abfall zu entsorgen, sind die Perfect Fit kompostierbaren Müllbeutel von Brabantia ein guter Anfang.